Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute wollen wir uns um Teilgrafen kümmern, denn auch Teilgrafen sind interessant für die Lösung mancher Algorithmen. Wir wollen drei verschiedene Arten von Teilgrafen kennenlernen. Das macht jetzt allerdings nichts, wenn ihr nur ein oder zwei im Studium kennengelernt habt. Die sind nicht unbedingt immer alle erwähnt. Aber trotzdem, der Vollständigkeit halber, möchte ich euch alle drei zeigen. Und zwar zunächst einmal, das ist unser ganz normales Haus vom Nikolaus. Das ist ein Graph, der besteht aus insgesamt fünf Knoten. Und, also ich zeige es mal ganz kurz ein bisschen deutlicher. Fünf Knoten, eins, zwei, drei, vier und fünf. Und dann haben wir hier jeweils eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben und acht Kanten. Ja, das sind recht viele Kanten für nur fünf Knoten. Aber es ist, ja, das ist wie gesagt das Haus vom Nikolaus. So, und davon wollen wir jetzt Teilgrafen bilden. Zunächst einmal, der ganz normale Teilgraf, der besagt einfach nur entferne, was auch immer du möchtest, von diesem Graphen. Natürlich können wir nicht einfach irgendwelche Knoten entfernen, ohne die dazugehörigen Kanten zu entfernen. Sondern wir müssen natürlich einen Knoten samt allen Kanten, die da dran hängen, entfernen. Also wir können keine Kanten zu Knoten haben, die nicht existieren. Das heißt, wenn ihr einen Knoten entfernt, dann müssen alle Kanten entfernt werden. Aber ihr könnt auch einfach so irgendwelche Kanten entfernen. Ihr könntet sogar so weit gehen und hier tatsächlich hergehen und sagen, hey, diese Kante wird entfernt und diese Kante wird noch entfernt. Dann haben wir hier einen einzelnen Knoten rumfahren. Und das ist auch ein echter Teilgraf. Wenn ihr einfach keine Kanten mehr habt, also alle Kanten wegschmeißt und dann nur noch einzelne Knoten habt, ist das auch ein wirklicher Teilgraf von dem Original. Ihr schmeißt sozusagen die originalen Kanten weg und falls ihr einen Knoten habt, dann schmeißt ihr alle dazugehörigen Kanten auch weg. Also wenn ihr einen Knoten entfernt, alle Kanten, die an diesen Knoten hängen, wegmachen und ansonsten mit den Kanten könnt ihr machen, was ihr wollt. So, das ist also die einfachste Form von Teilgrafen. Es geht allerdings ein bisschen komplexer auch noch und zwar gibt es noch den sogenannten induzierten Teilgraf. Hierzu mal ein kleines Beispiel. Ein induzierter Teilgraf ist zum Beispiel das hier. Ein induzierter Teilgraf ist aber auch zum Beispiel das hier. Und ja, im Endeffekt ist, also ihr könnt das natürlich auch kombinieren. Ihr könnt zum Beispiel auch noch diesen Knoten hier wegmachen und diese beiden Verbindungen dementsprechend auch wegmachen. Im Endeffekt ist ein induzierter Teilgraf bzw. auch Untergraf genannt und manchmal auch Click genannt. Im Endeffekt passiert oder entsteht ihr einfach nur dadurch, dass ihr nur Knoten entfernt und all deren Kanten. Aber ihr entfernt nicht eine Kante, die nicht an einem entfernten Knoten hängt. Das heißt, wenn ich nochmal ganz kurz an unser Beispiel zurückgehen darf. Vorhin hatten wir noch diese Kante hier entfernt. Diese Kante darf nicht entfernt werden. Außer ihr löscht diesen Knoten, dann entfernt ihr beide Kanten. Oder ihr löscht diesen Knoten, dann entfernt ihr diese drei Kanten hier. Also es werden immer nur Knoten entfernt mit allen dazugehörigen Kanten, weil ihr keine Kanten haben könnt, die auf Knoten zeigen, die nicht existieren. Okay, also relativ simpel auch wieder. Allerdings sind natürlich Untergrafen bzw. induzierte Teilgrafen ein wenig restriktiver. Ihr dürft nicht einfach so hergehen und irgendwelche Kanten löschen. Das ist hier verboten. Und ja, deswegen hat das Ding einen eigenen Namen. Es gibt jetzt noch einen komischeren eigenen Namen und zwar den sogenannten spannenden Teilgrafen. Da bleiben alle Knoten erhalten und alle Knoten sind zusammenhängend. Das ist quasi das Gegenteil von dem Untergrafen. Ja, das heißt, wir können diese Kanten hier beliebig entfernen. Aber ja, die Knoten müssen alle dableiben und sie müssen alle irgendwie zusammenhängend sein. Das heißt, wir sehen hier auch wieder, wir haben hier einen zusammenhängenden Graphen, weil der hier hängt an dem, der hängt an dem, der hängt an dem und der hängt irgendwie an dem. Das heißt, wir haben einen zusammenhängenden Graphen, aber, und wir haben keinen Knoten entfernt, aber ja, wir haben einige Kanten entfernt. Deswegen ist das ein sogenannter spannender Teilgraf. Die haben wirklich diesen Namen, kein Scheiß. Das heißt, nochmal kurz zusammenfassend, es gibt die Teilgrafen, die bezeichnen quasi alles, ja. Und jeder spannende Teilgraf und jeder Untergraf ist auch gleichzeitig ein echter Teilgraf, ja. Also induzierte Teilgrafen, spannende Teilgrafen, alles Teilgrafen. Teilgrafen ist quasi der Überbegriff für alles. Spannende Teilgrafen, nur Kanten entfernen, alle Knoten bleiben erhalten. Induzierte Teilgrafen, nur Knoten entfernen, alle Kanten bleiben erhalten, außer die, die an den Knoten dranhängen. Gut, das war's von meiner Seite auch schon wieder. Das sind die drei Arten von Teilgrafen, die ihr wahrscheinlich kennenlernen werdet. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.